Nur anders, nicht besser. Von Gotthold Ephraim Lessing Ein Hirsch, den die gütige Natur Jahrhunderte hatte leben lassen, sagte einst zu einem seiner Enkel. Ich kann mich der Zeit noch sehr wohl erinnern, da der Mensch das donnernde Feuerrohr noch nicht erfunden hatte. Welch glückliche Zeit muss das für unser Geschlecht gewesen sein, seufzte der Enkel. Du schließt so geschwind, sagte der alte Hirsch. Die Zeit war anders, aber nicht besser. Der Mensch hatte da anstatt des Feuerrohres Pfeile und Bogen und wir waren ebenso schlimm dran als jetzt.